Was ist Achtsamkeit? Es ist eine Praxis, die sich auf das bewusste Erleben des gegenwärtigen Moments konzentriert, ohne ihn zu beurteilen. Sie hilft dabei, Gedanken, Sorgen und Ängste loszulassen und sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren. Für Senioren kann Achtsamkeit eine wertvolle Methode sein, um Stress abzubauen, emotionale Ausgeglichenheit zu fördern und das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Praktische Anwendungen der Achtsamkeit für Senioren Atemmeditation Eine grundlegende Achtsamkeitspraxis ist die Atemmeditation. Dabei setzt man sich in einer bequemen Position hin, schließt die Augen und konzentriert sich auf den Atem. Man spürt den Ein- und Ausatemzug, ohne ihn zu verändern oder zu kontrollieren. Diese einfache Übung kann helfen, den Geist zu beruhigen und Stress abzubauen. Achtsame Körperwahrnehmung Eine weitere Anwendung ist die achtsame Körperwahrnehmung. Dabei scannt man langsam den eigenen Körper von Kopf bis Fuß und bemerkt dabei jede Empfindung, die man wahrnimmt. Sei es ein Kribbeln, ein Druck oder ein Gefühl der Entspannung. Diese Übung fördert die Verbindung zum eigenen Körper und das Bewusstsein für körperliche Empfindungen. Achtsames Essen Auch das achtsame Essen kann für Senioren von großem Nutzen sein. Dabei nimmt man sich Zeit, um bewusst zu essen, jeden Bissen zu kauen und den Geschmack der Nahrung wahrzunehmen. Dies hilft nicht nur bei der Verdauung, sondern schafft auch eine Verbindung zum Essen und ermöglicht ein intensiveres Genusserlebnis. Achtsame Gruppenaktivitäten Gerade Senioren können von achtsamen Gruppenaktivitäten stark profitieren. Yoga, Tai-Chi oder Meditation in der Gruppe bieten die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen Achtsamkeit zu praktizieren und sich auszutauschen. Diese Aktivitäten fördern nicht nur die körperliche Beweglichkeit, sondern auch soziale Kontakte und das Gefühl von Verbundenheit. Praktische Anwendungen im Alltag Morgenroutine Integrieren Sie einige Minuten Achtsamkeit in Ihre Morgenroutine. Setzen Sie sich still hin und nehmen Sie bewusst Ihren Atem wahr. Starten Sie den Tag mit ruhigen und positiven Gedanken. Achtsames Gehen Beim Spaziergang im Park oder in der Natur können Sie bewusst Ihre Umgebung wahrnehmen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Schritte, die Geräusche und die Landschaft um Sie herum. Das kann zu einem erholsamen und meditativen Erlebnis werden. Achtsames Entspannen Nehmen Sie sich regelmäßig Zeit für Entspannung und Ruhe, egal ob durch Meditation, Lesen, Musik hören oder ein warmes Bad. Achten Sie darauf, diese Zeit bewusst zu nutzen, um zur Ruhe zu kommen und den Moment zu genießen. Fazit Achtsamkeit für Senioren bietet die Möglichkeit, innere Ruhe und Entspannung zu finden und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Indem man sich auf den gegenwärtigen Moment konzentriert und sich von negativen Gedanken und Sorgen löst, kann Achtsamkeit den Alltag bereichern und das Wohlbefinden steigern. Probieren Sie verschiedene Praktiken aus und wählen Sie diejenigen, die am besten zu Ihnen passen. Mit ein wenig Übung und Hingabe können Sie eine tiefe Achtsamkeitspraxis entwickeln, die Ihnen in Ihrem Alltag dauerhafte Ruhe und Entspannung schenkt. Es ist nie zu spät, mit der Praxis der Achtsamkeit zu beginnen, denn sie kann in jedem Alter positive Veränderungen bewirken. Mehr Informationen und wissenswerte Artikel finden Sie in unserem Online-Magazin. Besuchen Sie uns! unter libify.com Libify – Einfach sicher fühlen